Hallo zusammen, ich bin Dr. Christian Behrendt. Heute geht es um Hüft- und Knieschmerzen nach einer Skitour. Vielleicht bist du auch betroffen. Du hörst jetzt, was du tun kannst und warum es dazu gekommen ist. Ich bin ja so ein Flachlandmensch eigentlich und ich wohne jetzt seit 10 Jahren, nee, seit 20 Jahren eigentlich schon in den Bergen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich jedes Wochenende auch mal auf den Berg gehe. Und das ist aber hier so, war früher, ich komme ja ursprünglich aus Bonn, überhaupt nicht vorstellbar und ich habe auch erst sehr spät Skifahren gelernt. Aber hier, wo ich jetzt wohne, so im Raum Bayern-Oberbayern-Salzburg, da geht man am Wochenende eine Skitour. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht und ich sehe das auch immer wieder bei Patienten, dass sie nach einer Skitour kommen mit Hüftschmerzen und mit Rückenschmerzen. Und das gibt dafür natürlich logische Erklärungen und ich möchte dir erstmal erklären jetzt in dem Video, wie es dazu kommt und natürlich, was du tun kannst, um diese Schmerzen nicht zu bekommen oder was du tun kannst, um sie wieder loszuwerden. Grundsätzlich, wenn wir keine Schmerzen haben und wenn nichts wehtut, heißt das noch lange nicht, dass wir gesund sind. Das heißt nur, dass unser Körper noch nicht schreit. Wir haben alle ein Problem seit unserer Kindheit, dass wir verkürzte Muskeln haben, weil wir sind nicht für das Sitzen auf Stühlen gemacht. Unsere Vorfahren, die haben nicht auf Stühlen gesessen, die haben so auf dem Boden gehockt oder so auf kleinen Schemeln, aber dass wir so stundenlang sitzen, wie wir das in der Schulzeit machen, das tun wir erst seit etwa 200 Jahren in der breiten Anwendung. Und insofern haben wir verkürzte Muskeln. Einer der am meisten verkürzten Muskeln ist eben gerade durch dieses Sitzen entstanden, das ist der Hüftbeugemuskel, der Musculus Psoas oder Iliopsoas. Ich zeige dir mal, wo der verläuft. Der Hüftbeugemuskel, der läuft ja hier von der Innenseite an der Hüfte bis auf die Rückseite der Wirbelsäule. Und dieser Muskel ist sehr, sehr stark verkürzt durch das viele Sitzen und lässt sich auch so leicht nicht mehr auf Länge bringen. Und dieser Muskel verläuft hier auf der Vorderseite und kann natürlich auch den Rücken hier oben in ein Hohlkreuz ziehen, weil er hier auf der Rückseite der Lendenwirbelsäule befestigt ist. Beim Skitouren gehen musst du ja immer, wenn du das Bein hebst, den Ski mit anheben. Das ist etwas schwerer, als wenn du einfach nur dein Bein hebst mit Schuh. Und insofern kommt es hier bei diesem schon vorher sehr stark verkürzten Hüftbeugemuskel dazu, dass dieser Muskel sich mehr anstrengen muss. Er verkürzt sich, verkrampft sich, er wird hier richtig gebraucht. Dieser Muskel, den du eben durch das Skitouren gehen besonders brauchst, kann eben dann die Hüfte und die Bandscheiben weiter ineinander pressen. Das ist einer der Hauptgründe, warum es dann hier zu Schmerzen kommen kann. Wenn du das immer weitermachst und immer unter Schmerzen auf den Berg läufst, dann kann sogar ein sogenanntes Femuroacetabuläres Impingement daraus entstehen. Das heißt, es kann sogar sein, dass Knochenanwucherungen vorne an dein Hüftgelenk heranwachsen. Wenn du die Schmerzen einmal hast, dann gibt es ein paar Tricks, wie du es wieder loswerden kannst. Dazu musst du diesen Muskel versuchen zu dehnen. Also das heißt, du musst schauen, dass du diesen Psoas dehnst. Da gibt es ja viele Dehnungsanleitungen, auch von mir, du findest sie unten in der Videobeschreibung. Und wenn das allein nicht ausreichend ist, dann musst du den Muskel nochmal durch Drücken auf den Muskelansatz nochmal erst dehnbar machen. Bevor du es dehnen kannst und dann geht es meistens noch deutlich besser. Das machst du dadurch, dass du dich auf die Seite legst und dass du dann mit deinem Daumen hier an dem Ansatz hier unten, an diesem kleinen Rollhügel hier in der Leiste feste draufdrückst, um diesen Muskel zu entspannen. Wir fügen dir einfach aus einem anderen Video das hier ein, dass du genau sehen kannst, wo diese Stelle genau ist. Und dafür liegt die Sarah jetzt hier auf der Seite. Das untere Bein ist ein bisschen angewinkelt. Wir haben hier vorne nochmal ein Skelettbein liegen, um auch zu zeigen, wo wir dann hindrücken müssen. Und das zweite Bein, das kann einfach gerade darüber liegen. Und das, was wir jetzt machen wollen, wir suchen jetzt den Ansatz des Hüftbeugemuskels und das ist hier an diesem Höcker, den man hier unten sieht. Dieser Höcker hier ist der Ansatz des Muskels und der ist jetzt eigentlich genau hier in der Leiste von der Sarah. Und Sarah, bitte mal mit dem Daumen vielleicht hier hineindrücken. Genau, also man sieht es, dass genau da in der Leiste ist eigentlich etwas unterhalb des Leistenbandes. Dort ist eine sehr schmerzhafte Stelle und diesen Punkt an diesem Knochenvorsprung, den muss man so lange drücken, bis der Schmerz deutlich nachlässt. Der wird nie so ganz vergehen, aber er wird deutlich besser werden. Und man kann in der Umgebung auch noch ein bisschen schauen, ob ein paar Millimeter rechts und links davon auch noch ein Schmerz besteht. Und das macht den Musculus Psoas, also den Hüftbeugemuskel, wieder dehnbar, sodass er sich auf seine ursprüngliche Länge wieder dehnen lässt. Wenn du da lange draufgedrückt hast, dann lässt dieser Muskel nach. Du musst relativ feste drücken und zwar ungefähr so mit 10 bis 11 Kilo Daumendruck auf diese Stelle. Das kannst du ausprobieren, indem du zu Hause auf einer Waage einfach mal deinen Daumen nimmst, auf die Waage drückst, auf der du dich wiegen kannst. Und wenn du da ungefähr 10 bis 11 Kilo erreicht hast vom Druck, das ist ungefähr der Druck, den es braucht, um hier diesen Muskel wirklich zu entspannen. Danach kannst du dann Dehnungsübungen machen. Auch das siehst du unten in meiner Videobeschreibung, wie man das macht. Und damit ist es möglich, wieder diesen verkürzten Muskel zu entspannen. Das gleiche kannst du natürlich auch präventiv machen. Also bevor du auf den Berg gehst und bevor du deine Skitour startest, kannst du natürlich diesen Druck auch auf diesen kleinen Rollhügel ausüben. Oder du machst halt einfach zumindest Dehnungsübungen, dass du sozusagen nicht in diese sehr starke Verkürzung des Muskels hineinkommst. Ich hoffe, du konntest verstehen, was der Grund ist dafür, dass du als Skitourengeher vielleicht Hüft- und Rückenschmerzen hast. Das ist ein Muskel, der für beide Schmerzen verantwortlich ist. Dieser Muskel wird unter diesem Heben des Skis sehr stark beansprucht und kann hier einen Druck auf die Hüfte oder die Bandscheiben auslösen. Also wenn du das vorher machst, dann sollte es eigentlich möglich sein, dass die Skitour schmerzfrei geht. Ich hoffe, dass dir das gelingt. Ansonsten, wenn du Fragen hast, schreib sie und in die Kommentare hinein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Sturft-Doc, Dr. Christian Behrend.